Die Rohrweihe ist eine paläaktische Greifvogelart aus der Familie der Habichtartigen. Ihre Brutverbreitung reicht von der zentralen Mongolei bis nach Portugal sowie von Skandinavien bis Nordafrika. Die Überwinterungsgebiete liegen in West- und Zentralafrika, Arabien sowie auf dem indischen Subkontinent. Die Art bewohnt Schilfbestände, Mure, Seeufer und andere Feuchtgebiete in offener Landschaft, aber auch Getreide und Rapsfelder. Die Brutzeit der Rohrweihe liegt, je nach Breitengrad, zwischen April und August, wobei zwei bis sieben Eier in einem Bodennest in hoher Vegetation ausgebrütet werden. Es werden zwei Unterarten unterschieden, wobei die Nominatform den Norden des Verbreitungsgebiets bewohnt und die Unterart Circus Euginusus haterti in Marokko, Algerien und Tunesien vorkommt. Der Rückgang extensiv bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen. Die Trockenlegung von Sümpfen und die Bejagung der Bestände haben im 19. und 20. Jahrhundert vor allem in dichter besiedelten Teilen des Verbreitungsgebietes zunächst zu starken Bestandsrückgängen geführt, die die Rohrweihe jedoch nach 1950 wieder aufholen konnte. Der weltweite Gesamtbestand wird auf etwa 100.000 Individuen geschätzt. Merkmale Körperbau und Gefieder Die Rohrweihe ist mit 48 bis 62 Zentimeter Länge fast busart groß, aber erkennbar schlanker und schmalflügeliger. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 130 Zentimeter. Das Gewicht der Männchen beträgt im Durchschnitt 540 Gramm, das der Weibchen im Schnitt 740 Gramm. Das größere und schwerere Weibchen ist durchgängig dunkelbraun gefiedert und hat einen hellgelben Kopf. Bei ihnen sind die Schultern und die Flügel vorderhand weißlich bis hellgelb. Der Oberkopf und die Kehle sind ähnlich gefärbt. Durch das Auge verläuft ein dunkler Strich bis zum Hinterkopf. Beim rostbraunen Männchen sind die mittleren Bereiche der Flügel silbergrau, die Flügelspitzen schwarz. Der Stoß ist lang und grau, der Kopf hellgrau mit dunkler Strichelung. Die Rohrweih ist kräftiger und breitflügeliger als andere Weihen. Beim Segeln und Gleiten hält sie wie alle Weihen die Flügel v-förmig nach oben. Die Jungen der Rohrweihen sind Nesthocker, die zunächst nur an Kopf, Körper und Schenkeln Daunen haben. Im ersten Daunenkleid dominiert noch die rosa Haut. Bei frisch geschlüpften Rohrweihen ist der Oberschnabel schwarz und der Unterschnabelfleischfarben bis rosa. Die Schnabelspitze ist schwarz. Die Wachshaut und die Schnabelkanten sind leicht rötlich-rahmfarben. Mit zunehmendem Alter färben sich die Wachshaut, die Schnabelkanten sowie die Beine in ein Gelb um. Die nackte Haut um das Auge wird schwarz-grau. Der Schnabel wird vollständig schwarz. Während des Umfarbe-Prozesses ist die Schnabelbasis zunächst blass-blau-grau, bevor auch sie vollständig schwarz wird. Stimme Die kibitzähnlichen Rohrweihen-Rufe sind nur in der Nähe des Brutplatzes, besonders kurz nach dem Eintreffen aus dem Winterquartier, zu hören. Sie dienen vor allem der Balz- oder der Revierverteidigung. Im Singflug lässt das Männchen ein nasales Hai-Jähe, Kwie oder Kaje hören. Gegenüber Revierkonkurrenten ist der Ruf weicher und klingender salgig. Weibchen geben bei der Beuteübernahme ein heiseres und leises PSIE. Von sich, Verbreitung Die Rohrweihel ist als Brutvogel über Nordafrika, Europa und Asien verbreitet. Die Schwerpunkte der Siedlungsgebiete liegen in Niederungsgebieten von Russland und Nord- und Mitteleuropa. Die Rohrweihel ist ein Charaktervogel ausgedehnte Röhrichte. Die Rohrweihel ist ein Kurz- und Langstreckenzieher. Winterquartiere finden sich unter anderem im Südwesten Europas und im Mittelmeerraum, in Rumänien im Süden der Ukraine, in Vorder- und Hinterindien, Sri Lanka und Sumatra. In Afrika überwintert sie zum Teil südlich der Sahara und ist im Winterhalbjahr auch im Norden von Angola, im Kongo-Becken, Tansania, Sambie und Zimbabwe zu beobachten. In Mitteleuropa gibt es außer in den Niederlanden keine überwinternden Rohrweihen. Der Abzug der adulten Vögel beginnt Ende Juli und Anfang August. Der gerichtete Wegzug dagegen setzt erst Mitte August ein. Im Zeitraum von Februar bis April verlassen Rohrweihelndern wieder ihre Überwinterungsquartiere. In Deutschland treffen die Brutvögel ab Mitte März wieder ein. In Phänoskandinavien zieht sich die Rückkehr der Brutvögel bis Anfang oder Mitte April hin, Lebensraum. Die Rohrweihel ist in ihrer Lebensweise enger an Schilf- und Röhrichtbestände gebunden als andere Wein. In den letzten Jahrzehnten kommt es jedoch auch zunehmend zu Bruten in Getreide- und Rapsfeldern. Sie jagt bevorzugt über dem Röhrichtgürtel und den anschließenden Verlandungszonen. Beute schlägt sie aber auch in Dünnen und Wiesen. Auf dem Zug rastet die Rohrweihel meist in Feuchtgebieten. Sie ist dann aber auch regelmäßig auf Agrarflächen zu sehen. Ernährung Die Strategie der Rohrweihel ist die Überrumpelung ihrer Beute im niedrigen, gaukelnden, Suchflug mit v-förmig gehaltenen Flügeln. Sie ergreift die Beutetiere meist dicht am Boden, seltener auf dem Wasser oder in der Luft. Die Beute setzt sich zu 70 bis 80 Prozent aus Singvögeln und Wasservögeln wie Enten, Teich und Blässrällen zusammen. Zur Brutzeit schlägt sie vor allem Küken und Nestlinge und frisst auch Ei ab einer Größe von Elterneiern. Bei entsprechendem Angebot kann der Hauptteil der Nahrung aber auch aus Feldmäusen, Wanderratten, Zieseln, jungen Kaninchen und Hasen sowie Bisamratten bestehen. Daneben gehören in geringem Maße auch Fische, frische Eidechsen und Großinsekten zum Nahrungsspektrum. Die Rohrweihel geht auch an Ass und jagt gelegentlich anderen Vögeln die Beute ab. Obwohl Vögel ein Teil ihres Nahrungsspektrums sind, findet man nur selten Rupfungen der Rohrweihel. Sie bearbeitet ihre Beute dort, wo sie sie geschlagen hat. Dies sind nicht selten offene Plätze im Röhricht oder auf Velen. Anders als eine Reihe anderer Greifvögel hat sie keine festen Rupfplätze. Balz Ab März-April ist der beeindruckende akrobatische Balzflug des Männchens zu beobachten. Scheinangriffe gegen das Weibchen, Sturzflüge und plötzliches Seitwärtskippen mit nachfolgendem Sturzflug dienen der Bindung zwischen den Partnern. Brut Das Nest wird in der Regel in dichten Röhricht über dem Wasser gebaut oder zwischen Sumpfpflanzen direkt auf dem Boden. Nester werden manchmal in Getreidefeldern, selten in Wiesen errichtet. Der Nestplatz wird von einigen Paaren wieder benutzt. Das Nest ist ein großer Haufen aus Stöcken, Altschilf und ähnlichem Material. Es ist größer als das anderer Wein. Am Nestbau ist fast ausschließlich das Weibchen beteiligt. Rohrwein ziehen nur ein Gelege groß. In Mitteleuropa findet die Eiablage ab Anfang Mai statt und kann sich bis Juni hinziehen. Das typische Vollgelege umfasst vier bis fünf Eier. Sehr große Gelege können auch aus acht Eiern bestehen. Die Eier sind kurz elliptisch mit einer glatten Schale, die glanzlos ist. Die Eierhalle ist bläulich-weiß und verfärbt sich durch das Nistmaterial häufig während der Brutzeit. Es brütet allein das Weibchen, das in dieser Zeit von dem Männchen gefüttert wird. Die Inkubationszeit beträgt 31 bis 36 Tage. Die Schlupfabstände zwischen den einzelnen Jungvögeln sind unterschiedlich. Während der ersten sieben bis zehn Nestlingstagen werden die Jungvögel intensiv durch das Weibchen gehudert. Auch in dieser Zeit bringt allein das Männchenfutter zum Nest und versorgt dabei auch das Weibchen. Die Beute wird dem Weibchen im Fluge oder auf dem Boden übergeben. Mit zunehmendem Alter der Nestlinge jagen beide Elternvögel nach Nahrung. Die Nestlinge sind mit 21 bis 28 Tagen voll befiedert und sind ab ihrem 35. bis 40. Leben stark flugfähig. Sie halten sich die ersten 14 Tage nach Ausflug in Horstnähe auf. Bis zu ihrer vollständigen Selbstständigkeit vergehen in der Regel weitere zwei bis drei Wochen. Systematik und Entwicklungsgeschichte Nachdem bis in die 1970er Jahre alle Angehörigen des Rohrweinkomplexes mit Ausnahme der Froschweie lediglich als Unterarten der europäischen Rohrweie betrachtet wurden, werden heute nur noch zwei Unterarten anerkannt. Circus Euginusus Euginusus Nominat Form mit Verbreitung von Zentralasien bis Westeuropa. Circus Euginusus Hatati Zedlitz 1914 Rand des Atlasgebirges in Marokko, Algerien und Tunesien. Männchen mit dunklerer Oberseite, aber helleren, silbergrauen Schwingen und Steuerfedern. Weibchen mit einheitlich cremefarbenem Kopf, Nacken und Oberschulterdecken, dafür helleres Braun im Rest des Gefieders. Mit Flügelängen von 375 bis 487 mm bzw. 401 bis 424 mm geringfügig größer als die Nominatform. Punkt. Bestand. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Rohrweinbestände durch Abschuss, Ei, Raub und Zerstörung der Brutstätten stark dezimiert. Seit Anfang der 1970er Jahre nimmt der Bestand jedoch wieder zu. Dies wird auf den ganzjährigen Schutz und das Verbot der Anwendung von DDT zurückgeführt. Die Art ist nach wie vor durch die fortschreitende Lebensraumzerstörung und durch Störungen der Brutgebiete durch den Menschen gefährdet. Der hohe Populationsdruck hat in Mitteleuropa auch zu einer Besiedelung von landwirtschaftlichen Flächen und Trockengebieten geführt. Sie kommt mittlerweile auch in Mittelgebirgslagen bis 750 Rhönmeter vor. Bestandsgefährdend sind wie bei anderen Wein eine Veränderung oder ein Verlust des Lebensraumes beispielsweise durch Regulierung von Fließgewässern, eine Absenkung des Grundwasserspiegels und Entwässerung. Die Rohrwein profitiert jedoch von der Anlage von Wasserspeichern in Tieflagen oder der Eindeichung von Küstengebieten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Gesamtbestand auf 93.000 bis 140.000 Brutpaare geschätzt. In Mitteleuropa brüten davon etwa 20.000 bis 25.000 Brutpaare. Der Verbreitungsschwerpunkt in Europa sind die Niederungsgebiete des europäischen Russlands, wo zwischen 40.000 und 60.000 Brutpaare vorkommen. So wie die Ukraine mit 14.000 bis 24.000 Brutpaaren. In Deutschland brüteten zu Beginn des 21. Jahrhunderts etwa 4.400 bis 6.630 Brutpaare. In Österreich kommen 300 bis 400 Brutpaare vor. Den größten mitteleuropäischen Bestand weist Polen mit 6.500 bis 8.000 Brutpaaren auf. In Lichtenstein und der Schweiz ist die Rohrwein bislang kein regelmäßiger Brutvogel. Die Art ist in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt und wird daher auch auf europäischer Ebene geschützt. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die für die Erhaltung dieser Arten zahlen und flächenmäßig geeignetsten Lebensräume als Schutzgebiet für das Natura 2000 Netzwerk ausweisen Belege und Verweise Literatur Hans-Günter Bauer Einhard Betzel und Wolfgang Fiedler Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz Band 1 Non-Passer Reformist Nichts Perlingsvögel Aula Verlag Wiebelsheim Wiesbaden 2005 ISBN 3-89104-647-2 Leslie Brown Emil K. Urban Kenneth B. New Man The Birds of Africa Woll Erste Academic Press 1988 ISBN 0-1-2-1-3-7-3-0-1-0-S-301-302 S. Kramp K. E. L. Simmons The Birds of the Western Paladict Woll 2. Hoxto Bastards Oxford University Press Oxford 1980 ISBN 0-19-8-5-7-5-0-5-X James Ferguson Lee's David A. Christie Raptors of the World Hotten-Müfflen-Akur 2001 ISBN 0-6-1-8-1-2-7-6-2-3 Benny Gensboll Walter Tide Greifvögel Alle europäischen Arten Bestimmungsmerkmale Flugbilder Biologie Verbreitung Gefährdung Bestandsentwicklung BLV Verlag München 1997 ISBN 3-405-14386-1 Urn Glutz V Blotzheim K. M. M. Bauer und M. E. Betzel Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 4 Feld Uniformes Aula Verlag Wiesbaden 1989 ISBN 3-89104-4607 Theodor Meeps Thorsten Rieslawi Herausragender Bauer und Ecology Oxford University Press 2000 ISBN 0198-549644 Weblinks Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Circus Eruginosus in der Internet Bird Collection Literatur über die Rohrweihe im Global Raptor Information Network Alters- und Geschlechtsmerkmale von J. Blasco zu Meta und G. M. Heinze Circus Eruginosus in der Roten Liste Gefährdeter Arten der IUCN 2013,1 Eingestellt von BirdLife International 2012 Abgerufen am 20. Oktober 2013 Einzelnachweise ABC Colin Harrison und Peter Castell Field Guide Bird Nests E. G. G. S. & Nestlings Harper Collins Publisher Überarbeitete Auflage von 2002 ISBN 000713-0392 S. Hans-Heiner Bergmann Hans-Wolfgang Held Sabine Baumann Die Stimmen der Vögel Europas 474 Vogelporträt mit 914 Rufen und Gesängen auf 2200 Sonogrammen Aula Verlag Wiesbaden 2008 ISBN 978-389104-7101 S. Bauer Real S. Bauer Real S. Bauer Real S. Wolfediter Busching Einführung in die Gefieder- und Rupfungskunde Aula Verlag Wiebelsheim 2005 ISBN 389104-6952 S. Kramp und M. Simons 1980 S. 105. Brauneal 1988 S. 364. Bauer Real S. Bauer Real S. Bauer Real S. Bauer Real